Justin Bieber leidet am Ramsey-Hunt-Syndrom. Aber was heißt das jetzt für ihn? Die Kange wird ausgelöst durch das Windpocken-Virus. Die trägt im Prinzip jeder in seinem Körper drin, der schon mal Windpocken als Kind hatte. In seinem Fall zeigt sich das vor allem durch eine Lähmung der Gesichtsmuskulatur und auch Schwierigkeiten, jetzt den Mund zu schließen, was dann beim Trinken zum Beispiel Schwierigkeiten machen kann. Es sind aber auch noch andere Symptome, die dabei auftreten können. Bläschenbildung, also das, was man so als Gürtelrose kennt, und Gehörgang vor allem oder auch dann im Verlauf im Gesicht. Wie sieht die Behandlung des Ramsey-Hunt-Syndroms aus? Wichtig ist eben mit entsprechenden Medikamenten. Zum Teil kann auch Steroide, also Cortisol, eingesetzt werden. Daneben noch Physiotherapie. Und nach der Behandlung stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter? So 50 Prozent kann man davon ausgehen, dass die Beschwerden sich bessern. Bei 30 Prozent der Fälle bleiben noch geringe Restsymptome da. Und bei 20 Prozent bleiben tatsächlich auch schwerwiegende, also sichtbare Veränderungen der mimischen Muskulatur vorhanden. Wir wünschen den Sänger natürlich alles Gute und gute Besserung. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare.